so und damit hallo und herzlich willkommen zu gta challenges mit dabei ist der tim der klein der in meinem team ist und der spiker wieder ganz kurze frage was müssen wir machen ihr müsst den weg entlang rennen den ihr vor euch seht und wir müssen euch versuchen mit sniper runter zu schießen da rum oder die fallen so zum beispiel das da das auto runter kippt oder so und oder autos auf euch herauffallen also selbst nicht gut gemacht fast so spiker bist du jetzt runtergefallen oder das biker entweder das könntest du zum beispiel machen ja ich war mir nämlich gerade nicht sicher wo die wo die sind komm schon jetzt hat es ja mal mega kompliziert war mal was ist dass ich noch warum fliegt das nicht runter zum ist tot weil kann müsste ungefähr da sein ich schieße erst mal vorbei na geil komm 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 ach man das ist ja schon ne das war zu viel zu früh der ist da wie zur hölle soll ich denn da durchkommen der hat sich einfach auf die fresse gelegt auch nicht schlecht aber du bist nur weit gekommen muss man sagen man muss sagen du bist weit gekommen da war gar kein absatz und der legt sich einfach vollkommen auf die fresse ist doch nicht schlecht für uns ist es gut vor allen dingen lag einfach ein pkw auf der seite da muss draufklettern ok ich muss mal gucken also ich muss jetzt mal schauen wie die sicht von hier aussieht denn kann ich mir besser vorstellen können wir euch eigentlich mit der sniper umbringen könnt ihr aber ihr sollt am besten die pfeilen sozusagen benutzen sagt aua half halbzeit ich hab mich hier in ihr fucking dargestellt immer müssen messen anklagen dass kannst du besser gehen aua ich weiß die stelle wo wir den alt kommen kann jawohl voll auf den rücken gelegt hier Ich seh dein Auto über mir. Oh! Nein! Huiuiuiui! Alter, genau vor mir! What the fuck, man! Das überlebt euch! Hui, aua, aua! Ab ins Bild! Schnell! Was war dat jetzt? Hä? Kannst mir immer sagen, wieso der jetzt runtergefallen ist? Nein! Einfach weggeglitscht, ey! Wo ist denn der? What the fuck, man? Alter, Klein! Nein! Ich glaub, der Dance grad zwischen den Stämmen kann das sein. Denk ich. Ja! Oh, Mann, ey! Okay, ist auf jeden Fall relativ schwer für den Runner, muss man sagen. Das nächste Mal lauf ich mit meinem Controller. Ai, 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 das kann ja jetzt was werden. Mal gucken, ob wir euch jetzt so die Falle stellen können, dass irgendwie vielleicht ein Auto auf, wo ich runterprasselt. Und dann explodiert? Zum Beispiel. Mein Typ legt sich die ganze Zeit auf die Flasche. Das wär echt ideal. Da ist schon ein Auto explodiert. Das ist aber scheiße gemacht, muss man sagen. Dass die Autos da scheiße explodieren. Alter, wie kann man eigentlich, äh, bei der Tastatur Ego Perspektive nehmen? Äh, V drücken. V, okay. Huiuiui. Gut, willst ich aber nicht ernsthaft mit Ego Perspektive spielen. Hä? Wir sind immer am Controller, immer. Na kommt. Was? Geht mal. Geht voran, meine Freunde. Hä? Nein. Au. Warte, ich seh Spiker da. Boah, Alter, mir fliegt einfach so ein Auto. So, jetzt kommt der von mir. Ah, jetzt hab ich auch gerade abschießen. Au. Alter. Warte, 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 warte. Alles gut, ihr kommt von unten. So richtiges Schweigen hier gerade, weil wir uns konzentrieren müssen. Konzentrieren. Warte, warte, da kommt noch. Warte, warte. Ach, Mann. Ne, da kommt jetzt nichts mehr. Ne, da kommt leider nichts mehr. Und die ganzen Autos, die da waren, die sind auch schon runter. Oh. Warum hat der sich da gerade schon wieder auf die Fresse gelegt, ey? Oh. Ähm, ja, Leute. Kommt mal. Tim, ich sage eben, dass du dich nur nicht auf der Karte rotierst, richtig, ne? Ja, da, wo du hingefallen bist, bin ich selber durchgefallen. Ne? Warnschuss abgeben. Warte, Klein. Springt jetzt, weil der sich ganz nett kommt, wenn ich auf die Fresse bin. Oh. Bam. Unni, Unni, Unni. Unni. Wenn schon, denn schon. Das Biker ist weit gekommen. Warte, 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 warte. Nein. Oh, fuck. Ja, Mann. Nice. Man hat aber auch kein Messer oder so, um irgendwie abzuräumen, also. Doch, hat man. Du musst einfach Tab drücken und dann runter. Also Tab drücken und dann Messer auswählen. Ja, Mann. Ich hab einen runtergestoßen, Alter. Ein Auto hat er aber schön mitgenommen, hier, aber. Ey, ich hasse das. Das hat der Weg so schmales. Muss ich gucken, also. Ich war da leider noch nicht. Das ist es ja. Oh. Ey, 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 ey. Mal gucken, ob überhaupt jemand. Da ist schon wieder ein Auto explodiert. Ja, man hörts. Aber, mal gucken, ob überhaupt jemand ankommt. Am Ziel. Das würde mich mal interessieren. Ey, wir spawnen jetzt mit. Was? Nein, 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 nein. Du kleiner Wichser, Alter, nein. Die Rechtschaftsborderung, Alter. Ja, was kann ich? Wir haben keinen Sniper mehr. Ich will da reingehen und er springt drüber da. So, Klein, du schaffst das. Nicht so, nicht so abschießen. Ja, ich hab genau da geschossen. Was sollte der hat, Mann? Schieß dir doch nicht ab, Mann. Dafür sind die Fallen da. Tschüss, Klein. Okay. LOL. LOL. Nein. Alter. Yes. Zuerst hattest du richtig Glück, ne, Klein? Dass es über dich rüber ist. Und dann erstmal schön ihn nochmal voller Breitseite von vorne erwischt. Er ist dagegen gegangen. Weißt du was jetzt? Wär's richtig gemein, wenn die jetzt wieder mit Sniper spawnen. Ja, wir haben nämlich grad nur Pistolen. Echt? Ja. Oh, ja, okay. Das war der Bug. Das gibt das öfters. Kenn ich. Das ist irgendwie so ein Bug. Ich hab keine Ahnung, was die da programmiert haben. Deswegen aber. Das ist bei Maps. Jetzt seid ihr euch schon mal aufgefallen, dass wir am Anfang in der Luft stehen. Ja, klar. Ja, ja. Das ist extra so. Voll nice. Und wir haben Sniper's nice. Aber wir schießen ja eh bloß auf die Autos. Und die Autos sind alle noch da da oben. Nice. Der Klein war aber viel zu früh. Oh mein Gott. Sorry du Mortal. Ja, komm 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 komm. Ach man, ne Spike hat gewartet da. Tim, hast du gut gemacht? Oh nein. Ja, ich bin einfach aus Bohren rausgesprungen und jetzt halt runtergesprungen. Oh nein. Weißt du? Oh nicht schlecht. Musst du jetzt zu gucken? Ja, musst du. Äh, wo ist er denn da? Das war knapp. Ja, bei mir sahst du aus als ob er gerade runterfliegt. Nee, 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 nee. Boah. Der war gerade am Brennen. Komm. Mann, besser explodiert doch einfach mal. Bleib doch mal stehen. Mann, ey. Alter, was macht mein Typ? Was macht mein Typ? Was kontrollierst du, Spiker? Nein. Oh. Ey, ich hör bloß die ganze Zeit so. Nein, 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 nein. Ja. Nein, nein. Oh mein Gott. Äh. Was soll ich? Tschüss. Ich hab nur vor mir jetzt hingedrückt. Lol, meiner jubelt erst mal so richtig und mit dem Sniper so, als ob er irgendwie eine Arcana-Hand hat. Hat er eben getan, Alter. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Komm, komm. Ist er schon? Ne, doch. Der steht davor. Ja, ich steh genau davor, Gott sei Dank. Warte, warte, warte. Ich hab's Gott sei Dank noch schnell realisiert, ich werd da sonst reingehen. Mann, denkst du ich schaff's hier rauf? Oder ich fall runter. Ich glaub, der fällt's runter. Ich glaub, der fällt's runter. Ey, da roll nix mehr jetzt, Alter. Ey, wo sind die ganzen Autos denn schon? Nein, nein. Ach. Bist du runter? Ne, noch nicht. Ey, wo sind denn die ganzen Autos, die man runterschießen kann? Die liegen hier vor mir. Ah, nein, 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 nein. Was ist das bitte, Mann? Weißt du, ich will einfach nur weitergehen und er springt da erstmal und rutscht vom Boden voll weit rüber, ey. Ach, Mann ey, was ist denn das, ey? Boah, jetzt muss ich mich anstrengen. Ja, jetzt müsst ihr euch anstrengen, richtig. Ich will mal sehen, dass Spiker das schafft, ey. Dann kommst du mit Panzern. Ja, keine Ahnung, der Typ ist leider noch einmal so über den Boden und man ist weg. Oder jumpt einfach in den Abgrund. Bei der Einstellung, wo diese Holzdinger von oben kommen, diese Kante da. Ja, das ist richtig mies. Die übersieht man total. Ja, das stimmt wirklich. Ach, schon wieder die Autos. Warum ist das bei Nacht? Die explodieren schon wieder. Ist jetzt bei Dark, immerhin. Ach, Mann ey. Ach, jetzt ist endlich schon mal bei Dark. Wieder. Jawohl, wir haben schon wieder Snapper. Warte, 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 Klein den will ich. Ach, Mann ey, das war nichts. Den nächsten kannst du, dann mach ich den Truck wieder, okay? Schade, knapp. Oder? Oder? Oh mein Gott, man fällt am Anfang schon raus. Boah, Alter. Ist... Bist du schon wieder weg? Ich muss mich noch ein... Meine erste Online-Runde. Oh, komm, die scheiß GTA-Steuerung. Auf dem PC. Nice, Mann. Match-Gewinner. Nice. Ihr müsst gewonnen, Alter. Ja. Wir haben voll viel dazu beigetragen. Wir haben voll viel. Wir haben eine Runde früher angefangen. Ja, wir haben Level 12. Ich bin Level 12. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir können ja direkt im Anschluss noch eine Challenge aufnehmen. Ihr wartet euch dann aber erst in ein paar Tagen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall bei den dreien vorbei. Tim, hast du eigentlich einen YouTube-Kanal? Nee. Hast du Twitter? Nee. Okay, dann komm doch bei ihm nicht vorbei, Mann. Aber bei den anderen nicht. Jut, wir sehen uns dann. Lass eine positive Bewertung da. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.